Der Wälder Schiss Der Wälder Schiss vom Mittenwald Der schießt das Halt und Schalt Und der Wälder Schiss vom Mittenwald 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 Das Leben von dem Böller-Schütz ist eine Schießerei, doch er schießt so manchmal vorbei. Er schießt zwar meist den Vogel ab im Wirtshaus beim Taruck, aber sonst schießt er so mancher Funk. Er schießt, weil's ihn freut, und so von Zeit zu Zeit verschießt er sich in eine schöne Kleid. Der Böller-Schütz von Mittenwald, er schießt es nur so kracht. Der Tüchten ist, beim Schützen ist und wenn man Hochzeit macht, der Böller-Schütz von Mittenwald, er schießt das Wald und schallt. Der Böller-Schütz von Mittenwald Der Böller-Schütz von Mittenwald